Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Was haben wir gerade gelesen? Alle Dinge sollen zum Besten dienen. Nicht manche Dinge, alle Dinge. Auch das, was manchmal richtig schwer ist, was manchmal richtig wehtut. Der Weg durch die schwierigen Lebenssituationen ist der Weg zur Erfüllung deiner Berufung. Berufen und alles kommt anders. Wer hat das schon mal erlebt? Ah ja, okay, ein paar haben das schon erlebt. Gottes Bauplan für dein Leben. Berufen und alles kommt anders. Ich habe das wirklich in meinem Leben so erlebt. Da bekommst du von irgendjemandem gesagt, dass Gott geredet hat, das und jenes. Sagst du, wow, jetzt wird es richtig schön, jetzt geht es richtig gut, aber dann kommt es anders. Und darüber möchten wir heute mal reden. In Römer 8, Vers 28 steht, wisst ihr aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen, alle Dinge zum Besten dienen, alle Dinge, ja, nicht manche Dinge, alle Dinge, alle Dinge sollen dir zum Besten dienen. Amen? Amen? Oh, das Amen ist laut, aber wir haben manchmal die alle Dinge. Da habe ich euch gleich ein paar Beispiele. Jeder hat eine Berufung, aber manchmal dachte ich auch in meinem Leben, bin ich berufen zum Chaos. Da habe ich eine tolle Berufung und dann kommt richtig Chaos. Ich möchte noch Vers 30 weiterlesen. Da steht, welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. Also, du hast nicht nur eine Berufung, sondern wenn du eine Berufung hast, hat der Herr dich auch herrlich gemacht. Wenn du jetzt zu Hause wärst, würde ich sagen, nimm mal einen Spiegel und schau mal rein. Nein, Gott hat dich herrlich gemacht. Wenn du nach Hause kommst und du stehst vor dem Spiegel und denkst, oh, so verschwitzt oder wie auch immer. Gott hat mich herrlich gemacht. Das kannst du mal richtig deinem Spiegelbild zurufen. Ich möchte euch heute dieses Beispiel bringen von Josef. Josef, wir lesen 1. Mose 37, das ganze Kapitel, das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Ich möchte es einfach zusammenfassen. Mose war 17 Jahre alt, er war Schafhirte. Wir kennen ja auch noch einen Schafhirte, das war der David, aber heute ist der Josef dran. Er hatte zwölf Brüder. Zwölf Brüder und ganz nette Kerle, nur die hatten ein Problem. Die waren eifersüchtig auf Josef, weil sein Vater, der Jakob, hatte den Josef sehr, sehr lieb. Und es war der Lieblingssohn von Jakob. Und Josef hatte Träume und wenn du nach so einem gewaltigen Traum aufwachst und dich das so auch mitgenommen hat und auch freut, dann möchtest du es jedem erzählen und er hat es auch seinen Brüdern erzählt. Der erste Traum war, elf Gaben beugten sich nieder und vor der einen Gabe, was bedeutet, die ganzen elf Brüder beugen sich nieder vor dem Josef und er bleibt stehen. Er hat einen zweiten Traum gehabt, Sonne und Mond und elf Sterne verbeugen sich vor ihm. Und das war die Kriegserklärung gegenüber seinen Brüdern. Wir wissen es, sie dachten, den müssen wir umbringen, der macht uns nur Probleme. Der ist sowas von stolz, der ist sowas von hochmütig, das geht gar nicht. Und dann haben sie ihn in die Grube geworfen. Dann dachten sie doch, ja, lieber nicht töten, verkaufen. Verkaufen nach Ägypten, das bringt noch ein bisschen Geld und Geld kann man ja immer brauchen. Ja, was auch war, der Vater hatte dem Josef ein bundes Gewand genäht. Und dieses bunte Gewand war sehr wertvoll, vielleicht nicht vom Geld her, aber für den Josef. Und es hatte auch eine Bedeutung, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Ja, und als Zeichen, dass der Bruder tot ist und sie endlich Ruhe haben, haben sie dieses bunte Gewand genommen, haben es dem Josef ausgezogen und genommen und haben es mit Blut gedrängt, haben es dem Vater gesagt, Vater, dein Sohn hat ein wildes Tier zerrissen und er ist leider tot. Wir kennen auch, wie der Vater getrauert hat, was ja aber auch eine Lüge war von dem Tod. Ja, Berufung. Berufung. Menschen werden neidisch, wenn es dir Spaß macht, in deiner Berufung zu leben. Menschen werden neidisch, was haben wir schon erlebt, dass Menschen hier Berufungen empfangen haben, sind nach Hause gegangen oder in ihre eigene Gemeinde und es wurde niedergemacht. Das kann doch nicht sein, du doch nicht und das ist doch gar nicht möglich, dass das mit dir passiert, da musst du doch diese Ausbildung haben, da muss das und jenes geschehen, total unmöglich. Ja, was haben wir gerade gelesen? Alle Dinge sollen zum Besten dienen. Nicht manche Dinge, alle Dinge. Auch das, was manchmal richtig schwer ist, was manchmal richtig wehtut. Und wenn die Bibel von Kleidung spricht, gibt es einen Grund. Und das ist mir so aufgegangen beim Vorbereiten. Das Gewand stand für die Prophetie seines Urgroßvaters Abraham. Es stand da, denn Gott hat Abraham verheißen, er wird oder er ist der Vater vieler Nationen. Und das ist auch ein Bild auf das bunte Gleit von den vielen, vielen Farben Vater vieler Nationen. Also der Enkel hat da ein Stück weiter an der Prophetie sozusagen teilgenommen. Und Josef hatte einen Traum, wir haben es gerade gehört. Und das war die Erfüllung dieser Verheißung vieler Nationen. Und die Brüder beugten sich und so weiter. Wir haben es ja gerade gehört. Und mit dem Gewand drängten die Brüder dies unwissentlich Abrahams Prophetie in Blut. Also das Gleit war ein Bild dafür. Und das haben sie mit Blut gedrängt, was uns ja auch wieder ein Bild auf Jesus Christus am Kreuz gibt. Wir finden in der Bibel, je mehr wir forschen, so viele Bilder, die sich so gleichen und wie ein Räderweg ineinander reingeht. Und sie haben dieses Gleit mit Blut gedrängt und dem Vater gebracht. Das heißt, die Prophetie ist wieder ein Stück weiter gegangen von Abraham mit Josef. Und wieder alle Dinge sollen zum Besten dienen. Ja, der berufene Herrscher vieler Nationen war zum Sklave geworden. Hast auch du deine Berufung bekommen und den nächsten Tag oder die nächste Zeit macht es richtig wusch. Alles setzt sich gegen dich. Es kann nicht sein. Ich habe doch die Berufung und alles geht schief. Und das geht nicht. Und das passt nicht. Und jenes passt nicht. Ja, Josef hatte den Traum. Josef war berufen. Josef hat sich bestimmt drauf gefreut. Er wusste ja nicht, wie das Ende aussieht. Aber ja, berufen und in die Grube geworfen. Berufen und als Sklave verkauft. Aber als Herrscher über viele Nationen bestimmt. Aber er war nicht irgendein Sklave, sondern er war ein Sklave von Potiphar. Und Potiphar war Pharaos Oberbefehlshaber. Also sozusagen die rechte Hand von Pharao. Und wir wissen, Josef war sehr, sehr tüchtig. Er hat sich sehr gut benommen und hat auch gleich gute, tolle Aufgaben bekommen und war auch der Verwalter von dem Potiphar als Sklave. Und dann kommt auch, wenn du Berufung hast, kommen auch Versuchungen. Und bei Josef kam auch eine Versuchung, das war Potiphar's Frau. Die wollte ihn verführen. Er hat es nicht getan, aber sie hat es gelogen, ihrem Mann gegenüber. Und so kam der benannte, wie soll ich sagen, Herrscher, der eine Berufung hatte als Sklave, kam er ins Gefängnis. Und wieder alle Dinge sollen zum Besten dienen. Ja, Herr, Herr, was ist los? Herr, was ist los? Ich habe den Traum gehabt. Ist er nicht von dir? Die haben sich alle gebeugt. Alles ging so wunderbar. Jetzt sitze ich im Gefängnis. Ja, Gott sagte aber ja. Aber in welchem Gefängnis sitzt du? Du sitzt im Gefängnis von Pharao, von dem König. Ja, was das auf sich hat, werden wir gleich sehen. Als Sklave und im Gefängnis. Dort bekam er viel Verantwortung. Er deutete die Träume der Mitgefangenen, vom Bäcker, vom Mundschenk. Und zwei Jahre später, zwei Jahre später, zwei Jahre im Gefängnis. Wisst ihr, das ist ja nicht nur ein Versehen, sondern zwei Jahre im Gefängnis. Und alles ging Gott vorüber. Zwei Jahre im Gefängnis und Pharao hatte einen Traum. Niemand konnte diesen Traum deuten. Und dann hat der Mundschenk sich erinnert. Da war doch dieser Josef im Gefängnis. Der kann das. Josef deutete diesen Traum. Und der Traum hat bedeutet vom Pharao sieben Jahre Überfluss und sieben Jahre danach Hungersnot. Und der Pharao sagte, in diesem Mann ist der Geist Gottes so einen finde ich nicht nochmal. Den setze ich zum Herrscher ein, zum Herrscher und dass er das Ganze managt, weil er hat wirklich die Berufung. Ja, Josefs Träume erfüllten sich, als seine Brüder kamen und sich vor ihm niederbeugten. Was für eine Geschichte. Wir kennen die bestimmt vom Kindergottesdienst, wer schon mal im Kindergottesdienst war in seiner Jugend und kennen die. Und wir sagen, ja, das ist der Josef. Schöne Kindergeschichte. Aber da steckt so viel drin. Zum Herrscher berufen und dann als Sklave ist im Gefängnis und so weiter. Und dann, ja, zu guter Letzt hat sich die Berufung erfüllt, weil Gott die ganze Ausbildung ihm geben wollte, dass er ein guter Herrscher ist. Wir kennen Mose. Mose war es ähnlich. Er war 40 Jahre dann in der Wüste, bevor er das Volk Israel rausführen durfte. Und interessant ist es, ihr Lieben, wir hätten gerne die Autobahn berufen. Vielleicht eine Woche, dass man so alles erledigen kann, aber so die Autobahn und zum Ziel. Und jetzt bin ich Herrscher. Gott, danke für den Traum vom letzten Sonntag. Ich danke dir, dass ich jetzt Herrscher bin und alles machen kann. Was machst du als Herrscher? Du hast keine Erfahrung. Du hast keine Ausbildung. Nein, es war alles Ausbildung. Ausbildung als Sklave, Gott gewollt. Ausbildung im Gefängnis, Gott gewollt. Was glaubt ihr dem Spott, den seine Brüder hatten? Und schau mal, jetzt, ich habe gehört, unser Bruder ist im Gefängnis. Der Träumer, der hat doch gedacht und so weiter und so fort. Ja, aber ihr wisst, wie es ausging, dass die Hungersnot kam und die Brüder wirklich sich vor dem Herrscher, der dann Josef war, sich verbeugt hatten. Die Berufung ging in Erfüllung. Aber mir ist eins wichtig geworden. Hätte Josef keinen Traum erzählt, die Brüder hätten ihn nicht gehasst. Hätten sie ihn nicht verkauft, er wäre nicht zu Potiphar gekommen. Hätte Potiphar's Frau ihn nicht durch eine Lüge nicht ins Gefängnis gebracht, er wäre nicht in die Nähe von Pharao gekommen. Hätte er nicht die Träume der Gefängnisinsassen gedeutet, er wäre nicht zu Pharao gerufen worden. Hätte er nicht auf Gott gehört, er hätte nicht Pharao den Traum deuten können, um Herrscher zu werden. Alle Dinge dienen zum Besten. Hast du auf dieser Strecke vielleicht schon aufgegeben? Hast du vielleicht aufgegeben, wie sieht deine Berufung aus? Sagst du, seit ich eine Berufung habe, ist alles nur Chaos. Und das, ich kann dir das Chaos gut erklären. Bist du wirklich in Gottes Plan oder hast du Chaos erlebt und sagst, nee, nee, ich nehme jetzt mein Leben ganz in die Hand. Wenn das mit der Berufung nicht stimmt, ich mache schon, dass ich zum Ziel komme. So viele haben versucht, den Weg zur Berufung, zur Erfüllung der Berufung abzukürzen und sind nicht am Ziel angekommen. Der Weg durch die schwierigen Lebenssituationen ist der Weg zur Erfüllung deiner Berufung. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat schwierige Lebenssituationen? Ich glaube, gingen fast alle Hände hoch. Und ich sage dir, sei nicht entmutigt. Es geht Richtung Ziel, aber gib nicht auf. Versuch nicht, aus dieser Berufung herauszukommen und irgendwo dir etwas zu basteln. Oder so viele gehen aus der Berufung raus und sagen, lass mich in Ruhe mit diesem christlichen Zeug. Lass mich in Ruhe mit diesen Prophetien oder was auch immer. Ich habe jetzt die Schnauze voll, ich mache jetzt, was ich will. Ich gehe noch in den Gottesdienst, ich lese meine Andacht und Schluss ist. Ich sage dir, komm vor Gott und sag, Herr, bring mich wieder auf die Spur. Ich möchte das Ziel erreichen. Viele suchen sich den leichtesten Weg und landen nicht im Palast. Ja, der Josef ist durch den ganzen Dreck, durch Gefängnis, durch Schlaferei, durch Verleumdung im Palast gelandet. Du sagst, ich möchte nicht, ich brauche keinen Palast. Ich sage dir, der Palast steht für das Ziel erreicht in dieser Sache. Möchtest du dieses Ziel erreichen? Und wir möchten noch eine Bibelstelle lesen, die finden wir in Römer 8, Vers 37. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Da heißt es nicht, weil der Weg so schön war, tragen wir. Nein, aber trotz all dem, trotz all dem, wo du durchgegangen bist, trotz all dem tragen wir einen überwältigten Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Trotz all dem, trotz all deiner Herausforderungen und ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Gott macht aus Asche Schönheit. Lesen wir in der Bibel. In Gottes Bauanleitung, ihr Lieben, in Gottes Bauanleitung bist du noch nicht am letzten Kapitel angekommen. Gottes Bauanleitung für deine Berufung, für dein Leben, die ist fertig. Aber ich liebe es im Urlaub meistens mit unseren Enkeln irgendwas bauen. Und da gibt es so schöne Baukästen. Das macht mir riesen Freude, so eine Bauanleitung. Und da ist aber so, ja, die letzte haben wir weiter hinten angefangen. Dann haben wir gemerkt, dass man auch das Vordere noch bauen muss. Und das Hintere wieder abbauen muss, dass man es auf Vordere aufbaut. Und so ist es auch oftmals in unserem Leben, dass wir manchmal mit dem Schluss bauen und dann fehlt das ganze Fundament und das ganze, was davor ist. Und ich sage dir, alle Dinge sollen zum Besten dienen. Hätte nicht ich in der Schule versagt, hätte ich keinen Maschinenbau gelernt. Hätte mein Vater nicht die Baufirma verkauft, hätte ich keine Steuer gelernt. Hätte ich nicht in der Schulzeit mich ein Stück von der Schule verabschiedet, um im Missionswerk zu helfen, da haben wir eine Umstellung auf EDV gehabt, hätte ich nicht drei Jahre Studium geschenkt bekommen. Hätte ich diese drei Jahre Studium nicht geschenkt bekommen, wäre ich viel später eingestiegen im Missionswerk und so weiter. Und so, schreib doch mal deine Berufungsgeschichte auf. Nicht Gott hat mich 1900 irgendwas berufen, nächste Blatt, mein Ziel ist erreicht. Ich glaube, das hat niemand. Schreib es doch mal auf. Es ist wirklich wert, das aufzuschreiben. Wir haben im Magazin auch dieses Mal so einen Abschnitt drin, wo du es ausfüllen kannst, mal deine Berufung. Meine Berufung, dann schreib mal rein, wie es gegangen ist. Und das ging schief und das und das und das. Ich sage dir, alle Dinge sollen dir zum Besten dienen. Amen. Alle Dinge und auch die Dinge, die uns nicht gefallen, weil die Dinge, die uns nicht gefallen, da müssen wir sagen, oh Herr, wie kannst du nur, wie kannst du das zulassen? Ich kann mir auch ein Josef vorstellen, wie der in der Grube war und sagt, oh, das sieht gar nicht aus wie mein Traum. Da ist Matschig, so eine Zysterne, da ist Matschig drin und da oben die tobenden, spottenden Brüder. Und ja, Schmerzen tun dich ja Dinge, die dir die Verwandtschaft antun, die dir vielleicht die Kinder antun oder deine Eltern angetan haben. Ich sage dir, alle Dinge dienen dir zum Besten, wenn du in der Spur laufst, wenn du nicht ausbrichst und selber in die Hand nimmst und sagst, jetzt muss ich aber mal da Ordnung schaffen und das geht gar nicht. Ich sage dir, alle Dinge dienen dir zum Besten. Gott hat die Zeit geschaffen, auch für deine Bauanleitung. Und deine Bauanleitung ist noch nicht fertig. Du bist noch nicht am Ziel angekommen, denn solange wir auf dieser Erde leben, geht es immer ein Stück weiter zum Ziel, zum ewigen Ziel natürlich auch, aber um deine Berufung zu erreichen oder deine Berufung so richtig fit zu machen. Lebst du gemäß deiner Berufung oder versuchst du, deinen eigenen Bauplan zu verwirklichen? Wir sind gerne dran und da sind wir auch immer wieder versucht, unseren eigenen Bauplan zu verwirklichen. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, dann bin ich aus der Schule raus, weil ich Missionswerk helfen wollte und auch musste mit der ganzen Adressverwaltung einrichten und mir hat es so gut gefallen. Im Büro, das war schön, jeden Tag und bin gut vorwärts gekommen. Es war so schön und was war dann? Mein Vater kam, Daniel, jetzt musst du noch einen Beruf lernen. Nicht schon wieder und so weiter. Und Gott hat mich dann im nächsten Schritt wieder, wisst ihr, da braucht man manchmal jemanden, der mal einen Tritt gibt und sagt, komm wieder auf die Spur. Das ist nicht die ganze Berufung. Du hast angefangen und jetzt irgendwo machst du Pause. Wir kennen ja auch ein Elia und wer alles in der Bibel, die irgendwo mal unterm Baum oder Therabinde saßen und wollten sterben oder in der Höhle sterben. Und oh Herr, mir reicht es jetzt. Dann kommt wieder jemand, manchmal Gott selber und sagt, auf geht's weiter. Das ist nicht das Ende. Das ist noch nicht die Erfüllung deiner Berufung. Und so ein Tritt in Hindern, so ein Geistigen, der tut nicht so weh. Oh, das muss der Teufel sein. Das muss der Teufel sein. Der ganze Frieden ist jetzt gestört. Nein, Gott möchte, dass du in der Spur läufst und alle Dinge sollen dir zum Besten dienen. Erinnere dich immer daran, bevor du ein Problem hast, hat Gott schon die Lösung. Bevor du das Problem hast, hat Gott schon die Lösung. Und du sagst, oh nee, das kann ich. Und dann diese Aussage, selbst Gott kann mir aus dieser Situation nicht mehr raushelfen. Sprich nicht zu einem Blödsinn als gläubiger Christ. Gott kann. Und Gott kann Dinge tun, wo die Physik außer Kraft setzen und so weiter. Also, da musst du Gott keine Nachhilfe geben. Bevor du im Bauch deiner Mutter geformt wurdest, kannte Gott dich. Und ich sag dir, alle Dinge, alle Dinge, alle Dinge sollen dir zum Besten dienen. Und ich sag dir, berufen, berufen und dann kommt alles anders. Das ist normal. Das ist normal. Ich habe schon viele Menschen gesehen, die eine Berufung empfangen haben und haben sich das Ziel gleich ausgemalt und waren gleich am Ziel und sind sowas von abgestürzt. Und wenn du solche Leute zuschaust, sagst du, ach Mann, jetzt hat er mich überholt. Ach Mann, jetzt hat die, guck mal, wie die jetzt und boah, guck mal. Und auf einmal machst du Rums, weil das Ganze, der ganze Aufbau, das ganze Lernen eigentlich gefehlt hat. Und das hatte Josef alles durchgemacht und er wurde zum Herrscher und für uns als ein großes Beispiel, dass wir durchhalten. Halte durch in deiner Situation. Halte durch. Schau auf deine Berufung. Gott kann alle Dinge zum Besten für dich gebrauchen. Amen.